Hallo sehr und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zum neuesten Video zu dieser Kalenderwoche. Wir sind jetzt bereits im Mai wieder einiges an Kickstarter-Spielen. Obwohl ich sagen muss, ich habe jetzt nichts wirklich gefunden, was ich interessant finde für diese Woche. Aber aus der letzten Woche habe ich noch vier Sachen nachzuholen, die mir durch die Lappen gegangen sind. Bei einem Spiel ist das ein bisschen ärgerlich für euch. Ich habe versucht, das über den Community Tab irgendwie aufzufedern, aber habe festgestellt, ich habe keinen Community Tab. Den gibt es erst ab 1.000 Abonnenten, also ein gewisser Größenwahn meinerseits. Ja, ich habe es dann schnell in den Kommentar noch reingeschrieben. Ich weiß nicht, wer es noch gelesen hat. Was es im Detail ist, dazu komme ich gleich. Und es gibt eine kleine in Anführungszeichen Notlösung, die ihr euch noch schnappen könnt, wenn ihr schnell seid. Fangen wir aber an mit Agents of Smirsch. Auch für diese Woche gilt noch, die Abiturprüfungen liegen direkt neben mir und schreien, danach korrigiert zu werden. Ich habe leider keine Zeit, hier noch eine große Nachbearbeitung des Videos zu machen. Ja, so dass ich auf die Balken etc. verzichten muss. Aber nach wie vor der Aufruf, ob ihr das überhaupt braucht oder ob es einfach reicht, dass ich euch ein bisschen die Spiele vorstelle und in die Links reinhaue und dann ist das genug für euch. Okay, Agents of Smirsch, Epic Edition von Everything Epic. Ja, Deluxe-Version. Das Spiel ist glaube ich 2011 oder so rausgekommen. Also es ist wirklich schon ein älteres Spiel. Könnt ihr mal bei BoardGameGeek gucken. Unter anderem Dice Tower und andere Konsorten haben das damals getestet. Das Material wurde definitiv hier aufgewertet. Ja, ein Agentenspiel im klassischen James-Bond-Stil. Aber vor allem ist die Kernmechanik hier, wir haben Charaktere und Encounter im besten Stil von Arkham Horror oder Eldritch Horror. Mich erinnert es noch stärker an Eldritch Horror, wahrscheinlich auch aufgrund der Weltkarte. Das heißt, wir reisen rum, wir kriegen Encounter. Ein gigantisches Buch, Encounter-Book mit ganz vielen verschiedenen ja, Story-Points. Das Spiel soll ein bisschen gestreamt sein nun, nach Aussage der Entwickler, so dass die Floors, die es gehabt haben soll, beseitigt worden sind. Ja, kann natürlich übliches Werbesprech sein. Was ist hier noch zu bemerken? Also Encounter und hier haben wir mehr Interaktion, zumindest im Vergleich zu Eldritch Horror. Arkham Horrors zweite Edition habe ich nie gespielt. Wir haben eine stärkere Interaktion noch mit diesen Fähigkeiten der Helden und verschiedene Würfel, die man ziehen kann, generieren kann. Es klingt auf jeden Fall interessant. Ich bin eigentlich sofort dabei, aber der Preis schreckt mich noch ein bisschen ab. Wir steigen hier ein bei 100 Dollar. Wohlgemerkt mit den Standys. Das ist das, was ihr an Material bekommt, plus noch ein paar Stretchgoods. Das ist schon eine Hausnummer, zumal es werden noch Steuern dazu kommen. So, das Ganze wird es dann später auch im Retail für 125 Dollar geben, ohne ein paar Kickstarter-exklusive Sachen. Das ist bisher überschaubar. Zum einen kann man die vier Bösewichte, hier Darling und so, gegen die man eigentlich kämpft, kann man auch als Helden spielen. Das sind vier Extra-Cheats. Ja, und bei den Stretchgoods, da sind auch noch ein paar Sachen dabei, die wohl Kickstarter-exklusiv sind. So, und wer es ganz fett haben will, kann doch für 160 Dollar eine Deluxe-Version nehmen. Hier, mit Metallwürfeln, Upprints, Goldfall on a Box und eine Spielmatte. Ja, das muss am Ende jeder selber wissen. Die gibt es zumindest später nicht im Retail. Aber wie gesagt, beachten, hier kommen oben noch Steuern drauf, Versand auch noch. Also, da kommt einiges zusammen. Das lässt mich noch überlegen, aber das Thema holt mich total ab. Ja, und vermutlich werde ich dort einsteigen, obwohl ich am Ende ja auch am überlegen bin, ob ich mir das Spiel nicht dann doch am Ende in der Retail-Version hole, was wahrscheinlich am Ende günstiger laufen wird. Okay, aber Agents of Smash. Hellboy, the Board Game Expansions. Ja, Hellboy war auch für mich eine ganz bittere Enttäuschung. Ich hatte mir günstig, wie wahrscheinlich auch einige andere im Announce-Forum über Amazon das Spiel aus England geordert. Also, ich hatte es in dem Moment noch nicht so wirklich realisiert, dass es aus England kam. Es hatte sich am Ende mit dem Zoll und so aber alles ganz gut geklärt. Also, das war ganz in Ordnung. Ich habe das also relativ günstig für, ich glaube, rund 40 Euro bekommen. So, wir haben das Spiel gespielt und das Spiel ist geprägt von einer ganz miesen Skalierung mit den Spielerzahlen. Also, zu zweit ist es bockschwer, zu viert ist es dann am einfachsten. Ich denke, das Spiel ist aber auch ausgelegt auf zu viert, denn dort können auch gewisse Herausforderungen entstehen. Die Qualität des Materials, was ich bisher gesehen habe, fand ich eher mäßig. Ganz dünne Sheets und auch die Karten bisher, ja, relativ einfalllos von der Illustration her. Obwohl ich auch wieder ganz klar sagen muss, ich kenne die Comics nicht. Vielleicht ist das in den Comics so, ich kenne nur die Spielfilme. In Summe muss man sagen, das Spiel ist ein sogenanntes Bier- und Brezelspiel. Also, was man locker runterspielt und was eigentlich auch gut geeignet ist, wahrscheinlich so als Gateway-Game für komplexere, thematische, komplexere in Anführungszeichen. Für viele Spieler natürlich nicht komplex, aber jetzt für Nicht-Spieler ein Gateway-Game. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das Spiel gibt es nur in Englisch und ich habe jetzt Zombieside Second Edition hier und ich sehe keinen Grund, warum ich Hellboy da noch brauche. Ich habe jetzt Hellboy, wie gesagt, zu zweit war es ein totaler Reinfall. Dann habe ich es alleine mal mit vier Charakteren gespielt, habe gemerkt, das funktioniert besser. Aber ich finde, das ist eigentlich eine ziemlich unspektakuläre Sache, was die dort machen. Klar, kann man bei einem Zombieside auch sagen. Aber ein Zombieside, das hat einfach diesen Fun-Faktor in meinen Augen noch viel stärker ausgeprägt, sodass ich tendenziell doch eher da der Meinung bin, dass ich dann das spiele. Und mit den Zombies glaube ich sogar, dass das in Summe mehr Leute sogar abholt. Deshalb Hellboy-Expansion, da bin ich raus. So, kommen wir zum nächsten Spiel, nämlich Mini-Crest Adventures. So, und das ist das Spiel, ja, ihr seht es hier, alles weg. Der Early Bird für 24 Euro, den gab es die ersten Tage, beziehungsweise der war auf 999 Unterstützer begrenzt. Jetzt haben sie aber, ich bin der Meinung, im Nachhinein nochmal einen Early Bird 2 reingebracht. Der kostet zwei Euro mehr, ist jetzt also auch keine Katastrophe. Das Spiel kostet allgemein 29 Euro. Also, ja, man spart fünf Euro, beziehungsweise jetzt drei. Aber manch einem ist das wichtig. Ihr seht, hier sind 68 von 999 noch übrig. Das heißt, da müsst ihr schnell sein, um einzusteigen. Was ist das Spiel? Es ist so angelehnt an diese 16-Bit-Videogames. Es gibt zufällige Dungeons. Und klassisch, wir sind eine Heldengruppe und müssen bis zum Bossmonster vorrücken und dieses dann umbringen. Während wir im Dungeon vorrücken, erhalten die Helden halt Waffen und Ausrüstung, werden also immer stärker. Was sehr cool ist, das Spiel kommt schon mit einem deutschen Regelbuch. Genauso wie Englisch und Spanisch und Französisch, nehme ich jetzt mal dem Zeichen nach, erscheint auch noch mit. Ja, ich denke für das Material, was man hier bekommt, so ein kleiner Dungeon Crawler mit 7776 verschiedenen Möglichkeiten des Kombinierens. Ja, ich denke für den Preis kann man da nicht so viel falsch machen. Also ich bin auf jeden Fall dabei. Die Monster sollen hier weiter skalieren. Also desto weiter man rückt, desto stärker werden auch die Monster. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Was sehr schön ist, ihr könnt euch bereits das englische Regelbuch anschauen. Das deutsche Regelbuch soll es bald geben. Wenn ihr das sehen wollt, die haben das hier ein bisschen versteckt gemacht. Ich musste vorhin auch ein bisschen nachgucken. Das befindet sich im FAQ Rulebooks. Und dann könnt ihr hier die Links rauskopieren. Ja, ich bin ein bisschen drüber geflogen vorhin. Ja, fand ich, ist eine nette Sache. Mal gucken, wie sie das alles umgesetzt haben. Ihr seht einige Stretchgoals, vor allem Materialverbesserungen, sind schon erreicht worden. Ja, also ich denke für die Preisnummer keine wirklich große Sache. Versand sind 10 bis 18 Euro. Das hängt wieder darauf an, in welchem Land der EU man lebt. Ich schätze mal, meist sind ja die Versandkosten für den deutschen Versand recht günstig. Gut, und dann haben wir noch die Spielschmiede. Dort ist gestartet Council of Twelve. Ja, wir sind in einem königlichen Rad. Das ist so ein bisschen mit Tieren, ganz niedlich gemacht. Und zwölfseitige Würfel. Oder ein zwölfseitiger Würfel, so. So, es gibt 48 Charakterkarten. Die zieht man und die spielt man dann halt auch. Und hier ist das Zentrum des Spiels Würfelmanipulation. Und wer jetzt meine Videos schon ein bisschen gesehen hat, der weiß, Würfelmanipulation, da bin ich immer sehr gerne dabei. Was ich noch ein bisschen schade finde, grundsätzlich ist es erstmal so Highscore-basiert. Da muss ich ehrlich sagen, das ist für mich immer nicht die Riesenmotivationsspanne. Aber für das Geld, für was das Spiel angeboten wird, nämlich für 17 Euro oder 27, wenn man die Spielmatte noch mithaben möchte, denke ich, kann man da nicht so viel falsch machen. Und da werde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren, weil die Grafik ist halt auch super niedlich. Und es steht zwar ab 10, kann mir aber eigentlich vorstellen, dass das vielleicht auch früher geht. So, und grundsätzlich geht es darum, man hat diese Herausforderungskarten, die zieht man. Da steht dann drauf, welchen Wert man sozusagen schaffen muss. Und die Spieler spielen dann Karten. Die Kommunikation ist hier eingeschränkt. Da gibt es ja nur den einen oder anderen kleinen Kniff. Und man muss sieben Herausforderungen bestehen. Und dann darf man am Ende um die Thronfolge oder die Thronfolge regeln. Das ist dann sozusagen das Endgame, in Anführungszeichen, für dieses kleine Spiel. Ja, in der Spiele-Schmiede läuft noch 17 Tage. Also habt auch noch ein bisschen Zeit, euch das zu überleben. So, und dann habe ich noch einen Nachtrag machen müssen, sollen, wie auch immer. Nämlich Hexplorate. Und ich habe ja vor zwei Wochen, als es angefangen hat, gesagt, ich weiß noch nicht, welches ich nehme. So, jetzt habe ich ja das Video von Becky mir angeguckt, das ich, wie gesagt, euch unbedingt auch nochmal empfehle, wenn ihr euch auch überlegt, dort einzusteigen und welche dieser vier Versionen für euch das ist. So, thematisch fand ich von Anfang an The Valley of the Dead King am interessantesten. Und er hat mir das eigentlich auch nochmal bestätigt. Und mein Kumpel, Ingenieur, mit dem ich oft spiele, als ich ihm davon erzählt habe, hat er gesagt, super geil. Die Story ist für ihn meist halt nicht so das Relevanteste, sondern er findet es cool, dauerhafte Progressionen zu haben, stärker zu werden. Ja, und dieses Rechner, da weiß ich ganz genau sein Ding. Ja, und wenn er auch schon so begeistert ist, dann war das für mich klar, dass ich hier einsteige. Ich habe mir nicht die neue Version, also hier nicht diesen Blood Collector geholt, sondern ich habe mir alles, was es zu Valley of the Dead King gibt. Und zwar, wenn wir jetzt hier runtergehen, die Addons sagen, dieses Bundle plus dieses Kampagnenbuch, was der Meinung nach der Entwickler ja auch da so ein bisschen was fixen soll. Allgemein kann man halt sagen, das Endgame soll hier halt nicht so wirklich gut funktionieren, weil man halt ewig leveln kann und dann ist das Endgame irgendwann obsolet. Aber da hat der Becky auch gesagt, und ich habe auch im Forum bei BoardGameGeek ein bisschen gelesen, da gibt es mögliche Hausregeln, um das ein bisschen abzufangen. Bis dahin ist auch diese Progression sehr cool in dem Spiel. Ja, und vor allem, ich finde das eigentlich ganz nett als One-Shot, wie das dann mit einer Kampagne ist. Ja, mal schauen. Die Illustration finde ich echt cool. Und dann habe ich noch hier dieses Encounter-Deckel genommen, weil dieses 3er-Bundle, das ist hier drin. Und ich sage, das noch oben drauf. Das heißt, am Ende bin ich jetzt bei 150 Euro. Versand wird noch dazukommen. Man kann, wenn man jetzt auf das verzichtet, kann man auch diese Early-Ship-Variante nehmen. Da ist das Bundle auch noch da. Dann kriegt man es gleich. Man muss aber beachten, wenn man jetzt Sachen aus der neuen Games-Phone-Kampagne nimmt, dann ist es so, dass man zweimal Shipping-Kosten bezahlt. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Gut. Das also zu dieser Woche wieder, wie gesagt, einige Spiele, die hier dabei sind. Bei mir ist es so, Mini-Quest bin ich dabei, Council of 12 bin ich dabei und sehr wahrscheinlich auch bei Agents of Smerz. Obwohl ich mir da halt noch überlegen muss, ob ich jetzt wirklich mitmache oder es mir nicht später im Retail hole. Hellboy ist für mich zum Glück in einer gewissen Weise. Sonst wären es dann noch mehr Spiele. Erstmal raus. Da ich jetzt auch nicht so diese emotionale Bindung zu dieser Franchise allgemein habe, fällt mir das halt auch nicht so schwer. Wer jetzt natürlich ein großer Hellboy-Fan ist, der kann sich das natürlich schon angucken. Ich, wie gesagt, war eher enttäuscht von dem Spiel, aber es hat natürlich auch was mit einer Erwartungszeitung zu tun und vielleicht konnte die das Spiel überhaupt nicht erfüllen von vornherein. Aber für mich ist die Sache jetzt soweit durch. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt auf jeden Fall gesund. Wir sehen und hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.